Hallo und herzlich willkommen bei Flieseline. Heute möchten wir euch ein neues Produkt aus unserem Volumenvlies Sortiment vorstellen, unsere R200. Sie verleiht euren Projekten das richtige Volumen. Sie ist als Rollenware erhältlich und 1,55 Meter breit. Das Volumenvlies eignet sich perfekt für Quilting, Patchwork und Bekleidungsanwendungen und ist außerdem für alle Stoffe geeignet. Solltet ihr also eine warme Jacke oder eine kuschelige Decke nehmen wollen, kann ich euch die R200 auf alle Fälle empfehlen. Hier habe ich jetzt mal ein Muster der R200 für euch vorbereitet. Im Vergleich zu unserer R80 kann man die Unterschiede gut erkennen. Im Gegensatz zu unserer R80 ist die R200 schwerer und extrem bauschig. Durch ihre Dicke verleiht sie deinen Projekten das perfekte Volumen. Die R200 wiegt 200 Gramm pro Quadratmeter und hat einen weichen Griff. Für uns ist Nachhaltigkeit besonders wichtig in der Entwicklung von neuen Produkten. Daher freut es uns sagen zu können, dass R200 zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester besteht. Das bedeutet, sie ist wesentlich ressourcenfreundlicher, qualitativ aber genauso gut wie neu produziertes Polyester. Außerdem hat unsere R200 ein Ökotex-Zertifikat Klasse 1, was bedeutet, dass das Produkt auch für Baby- und Kleinkinderartikel verwendet werden kann. Was müsst ihr bei der Pflege beachten? Das Volumenvlies ist bis 40 Grad im Schonwaschgang waschbar und lässt sich auch chemisch reinigen. Eingenäht werden kann es mit der Hand oder der Nähmaschine. Ihr seid also relativ flexibel, was das Einnähen angeht. Wir finden es natürlich super, dass man nicht unbedingt auf eine Nähmaschine angewiesen ist. Kommen wir zu weiteren Vorteilen. Die R200 besitzt eine hohe Migrationsresistenz, was bedeutet, dass es keine Fasern gibt, die beim Nähen mit der Hand gelöst und sichtbar werden. Es kommen also keine Fasern durch den Stoff nach außen. Außerdem besitzt das Produkt thermoisolierende Eigenschaften und hält gerade im Winter warm. Ich habe natürlich auch zwei Anwendungsbeispiele für euch vorbereitet, die ihr ganz einfach nachnähen könnt. Hier seht ihr unsere schöne Kinderdecke. Perfekt geeignet für den Kinderwagen oder das Kinderbett. Unsere Patchback-Decke wurde mit zwei Lagen R200 vernäht. Durch ihre Beschaffenheit lässt sie sich super leicht verarbeiten und ihr habt im Handumdrehen eine kuschelige Decke. Hier seht ihr eine kuschelige Jacke, die perfekt für Herbst und Winter geeignet ist. Durch die Steppung kann man mit unserer R200 einen tollen plastischen Effekt erzeugen. Wir bitten euch aber vor jeder Verarbeitung der Produkte einen Anwendungstest durchzuführen. Wir hoffen euch hat unser Video gefallen und wir konnten euch unsere R200 etwas näher bringen. Wer weiß, vielleicht ist das Produkt genau das Richtige für euer nächstes Projekt. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir helfen euch gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lieseline einfach erklärt.